Liebe Österreicherinnen und Österreicherinnen und alle, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Wasserschaden, Inflation, die Klimakrise, ganz abgesehen von dem menschlichen Leid. Wir kriegen das schon hin. Und so viel möchte ich an dieser Stelle sagen, dem Zweifel an der Integrität der Politik. Manche halten das für ein bisschen seltsam, aber es funktioniert. Aber insgeheim haben wir alle Erwartungen. Inflation, 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 Herausforderung für unsere Gesellschaft. Wenn wir alle unser Bestes geben, Schritt für Schritt aufzugeben, dann wird unser gemeinsames Jahr härter als das Vergangene. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen Angriffskrieg und das sollten wir alle tun. Inflation 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 Inflation